Recht herzlich willkommen liebe Gaming Freunde zu einem brandneuen Spiel hier, Track to Yumi auf Trend17TV, euer T wie immer für euch am Mic. Wir spielen auf der Playstation 5 und ja, ich wollte mal einfach mal reinschauen in das Spiel. Ich hoffe ihr habt da auch Bock drauf. Musik Das war's für heute. kio chlose was sie um mir so immer ich doch hazi mecker da hi sennschen teho doki suru amano koto uanikon mich war war in der sache oiko war ihr okay die go im kampf und in der bewegung okay okay Okay. Okay. Oh Gott. Nach oben bewegen. Nach unten bewegen. Schwerer Angriff. Drehen. Gott. Nigro. ым sum Daha. Gott. pierb Gott. Paglion Ich hab dich gleich weggefetzt, wacker. Paraden, Konter, oieieieie. Das ist aber nicht einfach hier, wach. Er geht auch nicht wieder zurück hier. Das ist Parieren, Konter. Das habe ich ja schon ein paar mal getroffen. Null von fünf. Parieren. Nach dem Parieren kannst du ein Konter ausführen. Das habe ich ja schon ein paar mal gemacht. Na endlich, meine Güte. Der? 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 Der Typ? Auch nicht. Gibt es irgendwie eine Karte oder was? Nee. Können wir da reingehen? Nee. Ich weiß nicht, das ist nicht ein Verkaufgabe. Ich habe auch noch einen Verkaufgabe. Hallo? Das ist ein Verkaufgabe. Das ist ein Verkaufgabe. Wenn ich mich nicht verletze, dann wird es nicht verletzt. Komme, das ist ein Verkaufgabe. Ich bin von Hiroki. Ich bin von Aiko und ich bin ein. Sama, Asarin, Suzuki! Ich bin von der Karte auf dem Weg in die Hügel. Ich bin von Sanz, Frau und ich bin von der Karte. Ich bin von der Karte. der typ das auch nicht eigentlich ganz niedlich das spiel da komme ich nicht weiter wo ist der typ da komme ich auch nicht nur noch nie die karte oder so was gibt es hier nicht da habe ich ja jetzt alles abgesucht wo soll der sein der typ von da bin ich gekommen da geht es auch nicht weiter aber schön aus hier die stadt soll den meister finden meister wo bist du da komme ich nicht weiter hüpfen kann er nicht springen ich habe ein training noch nie schon mal noch Meister seinem Joghurt. Was soll der denn jetzt sein hier? Der Typ? Kann er mich einfach rufen? Der Typ? Der Typ? Kann er sich einfach rufen? Kann er sich noch aufhören? Aber kann mit den Leuten sprechen hier auch? Das ist eine große Herausforderung, aber es ist eine große Herausforderung. Das ist nicht so schwer, dass ich es nicht. Ich habe auch hier, dass ich hierher bin. Was ist das, Nesett? Hiroki, bitte bitte! Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ist das der Typ hier? Das sagt nichts. Da kommt man auch durch. Da kommt man nicht durch. Ah, hat die Backen. Ah! Also besonders viel Hilfe kriegt man hier nicht gerade bei dem Spiel. Mein Gott, wo ist der denn ganz? Kann man da weiter? Sprinten, okay. Geht's? 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 Nein! Im Grund Tagen. Das bedeutet, dass mein Vater mehr gleich ist. Keine hjälpte dich von deinen Bein. Keinen? Wow, er hat sich nicht mehr so lange gezogen. Ich verstehe das, was ich nicht. Was ist das? Was ist das? Ich bin der Fall. Ich bin der Fall, der Fall ist der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall... Ich bin der Fall. Das war's für heute. Und das ist dann sehr wichtig. Und das ist auch nicht nur noch, warum ich mich darum mache, wahr? Ich habe mich um den Krieg zu besuchen. Und ich habe mich da noch mal eine Chance für einen Schritt zurück. Dementsかo zu sein... Das ist der Schritt. Da hole ich mich das finden. Okay, ich glaub, der macht mich jetzt bestimmt mega nass. Das passt mit dir, mein Freund. Boah, das ist aber ganz gut blutig, alter Falter. Ja, Baby. Ja, noch einer. Speichern. Schreine und Erholung. Okay, Ausdauer, okay. Kann ich meine Ausdauer wieder herstellen? Alright, der Nächste, komm. Komm, Baby. Hahaha. Ja, Baby. Blocken und parieren. Ja,ja,ja. Ja,ja. Okay. Wie kommt er denn noch? Oh, total schön, ne? Da ist der nächste Schrein. Geht's dir gut, Baby? Alles Lodger, alles Lodger, Lodger. Mach sie alle platt. Wer ist der Schrein? Schrein! Schrein! Der Schrein ist der Schrein! Oh, das stimmt. Der Schrein hat einen Schrein mit dem Schrein und Schrein. Ich habe den Schrein mit dem Schrein. So, der Nächster. Kann ich dem helfen? Drehangriff. Oh, das sind aber richtig viele Sachen, die man sich hier merken muss. Alright. Wo ist der denn? Okay. Okay. Oh, komm, Baby. Mega Splatter das Spiel, ey. Ne Rolle. Boah, cool. Geht's dir gut, Baby? Okay. Alles Lodger. Oh, komm. Oh, gleich drei Stück. Ey, der war total harmlos und ich hab gedacht, was ist das denn für ein komisches Spiel? Oh, jetzt ist er aber mega aufgedreht hier. Oh, jetzt ist er aber mega aufgedreht hier. Gut, dass mit den Untertiteln bin ich ein bisschen nervig. Schade, dass nicht in Deutsch übersetzt ist. Oh, es gibt ja Leute, die finden's geil, ne, wenn das Original ist. So, wir gucken jetzt alles durch hier. Wir machen alle platt hier. Ach, nee, ich bin egal. Ja, ich bin ein kleiner. Ich bin traditionell. Dann kann ich sie in zweiadaşellen nicht, wie wenn ich sie jetzt hier 투 spouse bin. Oh, ich bin ja. Das ist nicht sinnvoll, wie ich es ist. Ja, ich bin ja. Ich bin ja nicht in der Film, ich bin ja nicht, in dem Film. Oh ja, ich bin ja nicht. Uh oh. wie viele piecher sind das denn okay da kommt noch mehr kann ich da helfen speichern hier mal im schaum wie wir da von der zeit her ja mein lieben das ist die erste folge gewesen schmeckt ui hier geht es sicherlich super spannend weiter lasst auf jeden fall ein daumen da wenn ihr mehr sehen wollt abonniert den kanal der verpasst ja keine neuen videos mehr bis zum nächsten mal habt eine gute zeit ich wünsche euch was